Nachladen. Ach, er versteckt sich. Ja, kann ich nicht durchschießen? Alter! Uh, uh! Wie viel kommt denn hier? So. Zum letzten gehen wir noch. Sehr schön. Nachladen. Bild einsammeln. Und gib ihm. Ja, und wenn wir schon mal hier im Garten sind... Ne, da sind die Nächsten. Aber wir wollen die Kohle haben. Ups. Oh, BH. Wem der wohl gehört? Was macht Quagmire denn da oben? Der alte Perversling. Okay. Geheimer Raum? Oder was ist das? Noch ein Nacktfoto. Sekundär zählen. Quagmire! Oh, guck mal einer an. Hier gibt es auch noch ein Nacktfoto. Was ist in dieser Stadt denn bitte los? Alright. High five! Anyone? So. Hm. 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 Laufen wir mal hier entlang. Und gehen endlich mal dahin, wo wir eigentlich hingehen sollten. Um der Story... Was? Was hat er gerade gesagt? Ich hoffe, das habt ihr nicht gehört. Das ist Schindluder für eure Ohren. Übrigens, geil gemachtes Haus hier. Wow. Nachladen. Verschwinden auch sofort. Warum komme ich denn jetzt nicht mehr rein hier? Oh, Scheiße. Dann gehen wir mal hinten rum. Können wir hier irgendwas in die Luft jagen. Das passt nicht. Das sind doch hier Böller, oder? Wer da drauf springen? Nee. Oh, Shit. Linken Stick drehen. Achso, Shit. Jetzt merke ich aber gerade, ich hatte ein Bierchen. Und Stewie hat das jetzt gerade getrunken. Und durfte dann kotzen. Beziehungsweise musste dann kotzen, durfte. Ist ja was anderes, ne? So, ähm. Oh, der Tod ist da. Oh, Gott. Brechwurzelextrakter. Hier brennt das Haus. Also, was ist denn hier bitte alles passiert? Gut, hier kommen wir auf jeden Fall rüber. Ja, und ist ein Besoffener. Nein, eben können wir auch geben. Oh. Jawohl. Da können wir was wegsprengen. Oh, das ist ja. Ah, Shit, 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 Shit. Ja, Mann. Jawohl. Zwei Erfolge freigeschaltet. Na. Kommen da immer mehr? Ne, wie komme ich denn hier hoch? Ah, okay. So. Ihm geben wir auf jeden Fall ordentlich. Ach, da oben steht auch noch einer. Meine Güte, wie viele von den Heinis sind denn hier am Start? Dann springen wir auf jeden Fall mal rüber, holen uns die Asche, holen das Foto. Und hier ist schon wieder irgendein Vogel, der uns bewirft. Wo kam der denn jetzt her? Nicht, ach so, wir sind in den Zaun gesprungen. Okay, alles klar. Das ist dann natürlich suboptimal. Sprengsätze zünden. Hossa. Ähm, wo gehen wir denn hin jetzt? Wir waren ja noch gar nicht hier links, wir sind sofort rüber gesprungen. Kommen wir hier nicht irgendwie rein? Können wir hier was machen? Ah, Zapfe anhalten. Gut. Shit, 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 die geben wir ordentlich. Oh, nachladen. Und gib ihm. Sehr schön. Ach ne, muss ja außenrum hin, damit ich wieder rauskomme. Ja, springen soll gelernt sein. Hab ich nicht so wirklich drauf. Da, Isa. Sehr schön. Läuft aber auch zu geil, ja? Immer die kleinen Schrittchen. Hey, you two, komm over here. I need someone to present. Wieso sagt er immer you two? I'm uncomfortable. Thanks for the tag. I'm blaming everything on you. Now we need some women to come to this party. Oh, I got a cramp the idea. Listen, I need you to steal a couple of jackets from the jock brand. Bring them back here and I'll tell you what to do next. Okay. Stihl die Jacken, der Sportler. Sind die immer noch hinter mir? Die vom anderen Haus? Egal. Lalalala, wir sammeln Cash. Meg! Was denn da los? Was denn da los? Wow, wie viel sind denn hier? Dude, get off! I think I'm gonna puke. Please, sir. I want some more. Get those, Gabos! I worked out! So. Dude, get off! Gib ihn doch! Meine Güte! That's not your property, man! That's not your property, man! Ist mir scheißegal, ich brauche die Jacken, Kollege. Meine Güte! Wie viele Gegner kommen denn hier, bitte? Ja, eine von drei Jacken haben wir auf jeden Fall schon mal eingesammelt. Sehr schön! Wow! Hier, dem Fetty müssen wir, glaube ich, gehen, ne? Oder dem etwas korpulenterer. Ja, sehr schön. Das heißt, einer muss noch irgendwo rauskommen. Können wir eigentlich auch wechseln? Ähm, nicht erfüllt, erfüllt. Okay. Ähm, wo war das denn hier? Y, da. Ach, guck mal ihn an. Oh, Brian hat doch eine normale Waffe. Nicht so eine freaky Raygun wie Stewie. Ja, game over, turd. Hey. Oh, ein paar Granaten aufgesammelt. Sehr schön. So. Meine Güte. Lad nach, Brian. Lad nach. Aha. Gib ihn doch. Rums. Lad nach. Schneller. Shit. So. Hat er denn Bon genannt? So, die Jacken haben wir alle. Jetzt holen wir uns nochmal hier Ammo. Max Ammo. Sprich mit Mord. Warum ist Mord überhaupt der Master Chief, der alles für uns erledigt? Hier war ein Foto irgendwo. Sehr schön. Elf von 15 schon? Naja. Richtig so. So, wir sprechen mal irgendwie Mord. Alter. Wer hat die Jacken? Ja, hör mal, Brian. Hier ist ein Molotov-Kacktail. Du musst diese Jacken planten bei der Sarare-Float, dann setz die Float auf Feuer. Die Mädchen denken, die andere Frat hat es getan, und dann kommen sie zu unserer Party. Ich mache es, aber ich fühle mich, aber ich fühle mich, ich fühle mich, wenn du fertig bist. Aber mach deinen Zeit, ich werde einen 8-Hour-Nacken nehmen. Alter. Ein 8-Hour-Nickerchen. So. Nachladen. So. Dann wollen wir mal rüber zum nächsten Häuschen. Oh, Lois. Jawohl. Ja, die ist schon eine heiße Schnecke. Aber die blasen wir trotzdem mal in die Luft. Oh, gar nichts passiert. Iiii. Ah, da hat er recht. So. Haben wir hier ein goldenes Ei? Cleveland? Der ist ja schon lange nicht mehr da gewesen. Das stimmt allerdings. Erstmal hier die Klamotten einsammeln. Mach dich Sportler zum Sündenbock. Wo sind denn die anderen Klamotten? Da oben ist noch einer drauf. Nicht? Ah, okay. Ja, wir schlagen hier. Ja, genau. Ah, hört auf damit. Meine Güte. Haut ab, ihr Uschis. Ich bin gleich weg hier. Shit, wir müssen mal in... Jawohl. Querkmeyer, hilf es mir. Ja, genau. Guck dir die an hier, wie flexibel die sind. Die sind doch bestimmt mal für dich. Na, nachladen. Ich muss ehrlich sagen, dass mir die Raygun besser gefällt. Von Stewie. Ja, haut ab mit eurem Zeug da. Ja, klar. So, Primärziel erfüllt. Nee, noch nicht ganz. Eins. Eins fehlt noch. Hau ab, du, Olle. You should have complimented me. So, Jacke. Alles gemacht. Sehr schön. Und verschwinden hier. Aber ganz fix. Zielsprich mit Mord. Der macht auch ein 8-Stunden-Nickerchen. So, wir nehmen erstmal wieder Stewie, mit der Raygun. Ja, die Raygun ist auf jeden Fall deutlich stärker. Und Lois geht immer noch ab wie Schmidts Katze. Und, äh, Mordens. Mach das Ding. Nachladen. Ja, look how gay you are. Zwölf von 15. Ihn müssen wir doch bestimmt später nochmal befreien. Bierpong. Yeah. Oh, man kann sogar die einzelnen Becher umstoßen. Das ist echt cool. Hier gibt es ein paar Granaten. Aber die brauchen wir ja nicht. Hier nochmal ein bisschen Ammo. Max Ammo. So, wo ist denn Mord? Mord ist 72 Meter in die Richtung. Wollen wir denn da hin? Jawohl. Unsere Gesundheit ist wieder voll aufgeladen. Und hier sind wir bei der Griechenparty. Beziehungsweise bei der Nerdparty. Hallöchen. Jawohl. Fass anschlagen. Wird gemacht. Gern geschehen. Ja, dann kann die Party starten, denk ich mal, ne? Meine Güte, ist das eine Vereinigung da. Ja, klar. Mord, ey. Vorlong. So, Lautsprecherklauen auf der Nerdparty. Für die Nerdparty. Und was der da für eine Scheiße erzählt, das ist wirklich schon nicht mehr feierlich. Äh, 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 äh. 103 Meter. Ja. Ja. Ja, nee, Kollege. Schnürschuh. Ja. Bla, bla, bla. Shit. Nachladen. Rüber hier. Rüber hier. Jo, 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 jo. Alter. Boah, hier sind zu viele Gegner. Ah, shit. Man. Haut ab. Ihr stinker. Ja, gib mir. Du schlägst ein Baby. Was ist denn mit ihr los? Load'em up, bitch. Hm, jawohl. Und wieder volle Kraft voraus. Lautsprecherklauen. Sehr schön. Hey, let us in your party, you turds. Let us in, you schmucks. I think the nerds are in trouble. Come on, Brian, let's help them. Ooh, frat attack. I'm angry, but not because I'm gay. I'm angry, but not because I'm gay. Sehr schön. Hey.